Zeltplanung Breiten Sie die Zeltplane fächerartig auf den Boden aus. Achten Sie darauf, dass die Glasfasserstäbe an der Rauchabzugsoffnung parallel angeordnet sind. Befestigen Sie die Spitze des nordischen Tipis, indem Sie einen Hering durch die Öse an der Zeltspitze stecken. Falten Sie die Zeltspitze auf die Hälfte. Die Glasfasserstäbe dürfen nicht gebogen werden. Falten Sie die Zeltplane auf die Hälfte. Falten Sie die Zeltplane dann so oft, bis ihre breiteste Stelle der Länge der verpackten Mittelstange entspricht. Legen Sie die verpackte Mittelstange unterhalb der Zeltspitze auf die Plane. Schlagen Sie die Zeltspitze über die Stange und rollen Sie das Zelt eng ein. Ziehen Sie den Packriemen um die Zeltplane an und stecken Sie das Zelt in den Packsack. Three A Weitere Die Untertitelung des ZDF, 2020